Trompette 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 Du weißt nicht nur eine Klangübung. Du wirst den Fanger, stehst ihn an den Mund, presst Lipps relativ fest rund drin und dann blickst du und ziehst den Fanger raus. Und statt ein bisschen übst, dann könnt ihr euch von einem schönen Ton und dann könnt ihr euch schon noch richtig drüber spielen. Denkt nun, dass eine Chemie vom Himmel gefällt und diese Rechnung so eine Übung macht den Meister. Probier ja mal, ob es interessiert was, kannst du an der Musikshow losholen. Dann könnt ihr mal den Kontakt noch holen, in der Projektschreise, man kann es mal sehen, über Zoom oder vielleicht an der Musikshow, ob sie zusammen machen. Richtig fortgedreht, wenn man alles zusammen machen kann. Die Musik Die Musik Die Musik Die Musik 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 Musik